Servus liebe Freunde der gepflegten Wathan-Unterhaltung, ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir auf dem Dev-Server zum kommenden Dezember 2022 Update Apex Predators. Ja, gestern Abend am Freitag nach den offiziellen Dev-Streams ist der Dev-Server dann aufgegangen und bei mir hat es leider ein bisschen lange gedauert, bis ich euch hier alles entsprechend zeigen konnte. Das ging irgendwie bis gestern Abend kurz vor 0 Uhr und ja, dann war es halt eben auch einfach schon zu spät. Deswegen reiche ich das jetzt hier an dieser Stelle entsprechend nach. Wir schauen uns alles an. Ich habe es schon entsprechend so weit vorbereitet, dass wir einfach gleich durch die Nationen durchgehen können. Ich werde jetzt hier an der Stelle auch nicht irgendwie aufs Testgelände großartig gehen. Das soll jetzt hier nur eine schnelle Übersicht werden, beziehungsweise so schnell, wie es natürlich möglich ist. So, es wird, glaube ich, nochmal ein zweites Dev-Server-Update geben, beziehungsweise einen zweiten Dev-Server. Ja, denn so wie ich das gehört habe, auch von einigen CCs, dass wohl zum Beispiel auch der deutsche Tornado wohl nicht rechtzeitig fertig geworden ist und wohl noch auf dem Dev-Server landen soll. Aber ob das am Ende wirklich so passiert, sei jetzt erstmal dahingestellt. Den britischen Tornado, da kommen wir gleich noch dazu, den haben wir auf jeden Fall schon drin. Den schauen wir uns auf jeden Fall auch gleich noch an. Und ja, dann müssen wir einfach mal gucken, ob da tatsächlich der deutsche Tornado noch entsprechend mit reinkommt. So, wir fangen bei den Amerikanern an. Geht los mit, klar, ihr wisst es, mit einem der langersehntesten, gibt es das Wort überhaupt, Flugzeuge im Spiel. Nämlich die F-16A. Jawohl, ich habe sie jetzt hier einfach hingestellt mit sechs AIM-9L-Raketen. Ja, das ist, glaube ich, schon als Bewaffnung recht ordentlich gegen Luftziele. Das wären ja potenziell sechs Gegner in einer Runde, wenn man es schafft. Ja, wenn die Gegner es nicht schaffen, die AIM-9L zu dodgen. Aber ansonsten ist natürlich hier die F-16, muss man natürlich sagen, das ist ein richtig sexy Flugzeug. Ist auch nicht die einzige F-16, die wir hier mit dem Update bekommen. Die Israelis bekommen auch eine, gucken wir uns gleich auch noch an. Sieht meiner Meinung nach auch noch ein bisschen geiler aus als die hier. Ja, das ist hier so dieses typische Air Force-Grau. Ja, weiß ich nicht, ob man das haben muss. Sieht aber tatsächlich ein bisschen langweilig aus. So, wir haben hier, abgesehen von der Sekundärbewaffnung, die werden wir uns auch gleich nochmal angucken, noch eine 20 mm mit 512 Schuss. Was haben wir an Sekundärbewaffnung? Da könnt ihr wieder deutlich besser entscheiden, wie sich diese Sekundärbewaffnung anfühlt, ob die okay ist, ob die nicht okay ist. Ich würde jetzt mal behaupten, ja, wir haben ja jetzt ja hier kein Custom-Loadout, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass die Sekundärbewaffnung so, wie sie hier jetzt ist, glaube ich, ganz okay ist. Muss mal eben gucken, GBUs sind dabei, AGMs sind dabei, ja, und halt eben, ich glaube tatsächlich, die 6 Sidewinder-Raketen, die sind, glaube ich, für den Luftkampf noch mit, ja, entsprechend am besten. Ich glaube, für den, als Ground Striker braucht man die F-16 nicht zu nutzen. Ich gehe auch mal eher davon aus, dass viele, wenn das Update draußen ist, die F-16 eher dafür benutzen werden, um im Ground RB die ganzen russischen Jets, die einen kaputt bomben, rauszuschießen. Schauen wir aber mal, was hier raus wird. Dann gibt es noch ein zweites Flugzeug, nämlich, das kennt ihr auch schon, die Intruder, die A6E Tram. Ähm, äh, ich glaube, das Tram ist, äh, hier der, ja, hier diese, diese, diese Kugel, das Zielsystem. Ähm, ich mag die Intruder, ja, sie ist zwar tatsächlich relativ langsam, muss man sagen, sie hat auch keinen Nachbrenner und nichts, ja, also ihr seht das hier, ähm, mit der Bewaffnung, wie ich sie jetzt hier gerade dran habe, äh, fliegt sie 644 Stundenkilometer auf Meereshöhe, das ist tatsächlich ziemlich langsam, ähm, sie ist aber dafür auch, in Anführungszeichen, nur auf 10.0. Ich mag die Intruder, aber die sieht, ich finde, die sieht halt eben einfach mega schön aus. Ich hab's ja schon aber im DevBlog-Video dazu gesagt, ähm, es ist natürlich die Frage, ob man dafür wirklich 70 Euro ausgeben muss, weil die A6E ist in der Vorstellung der erste Rang 7 Premium gewesen, den wir für das kommende Update, ähm, hier vorgestellt bekommen haben. Deswegen, ja, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. So, was haben wir noch? Wir, ähm, bekommen hier tatsächlich noch zwei neue Panzer bei den Amerikanern, einmal einen neuen, äh, ja, quasi, ich möchte mal fast sagen, einen neuen Afre, ja, nur auf amerikanischer Seite, nämlich den M728. Ihr seht das hier schon, eine M60, beziehungsweise Pionier, Berge, Panzer, ähm, ähm, auch mit Derb-Kanone, er hat nur 165 Millimeter, ähm, und wenn wir in die Modifikationen reinschauen, auch hier nur eine Granate, die herrscht mit 203 Millimeter Durchschlag, ähm, wir haben Sprengstoffmasse knapp 16 Kilogramm und TNT-Äquivalent knapp 23 Kilogramm, das ist ordentlich. Die Penn-Leistung ist auch mit 203 Millimeter vollkommen in Ordnung. Also das wird genau so ein Derb-Teil werden, wie es der Centurion Afre schon ist. Dann haben wir noch einen zweiten Premium-Panzer auf 9-7, nämlich einen neuen Striker, den M1128 Wolfpack, ähm, wie ihr hier sehen könnt, ähm, irgendwie mit, mit Schneeketten, ähm, ran gebaut und mit einem entsprechenden Tarnnetz drauf. Ich meine, das Tarnnetz sieht schon entsprechend sexy aus. Battle-Rating 9.7, es ist aber natürlich auch hier wieder die Frage, muss man sich unbedingt ein, ähm, ja, ein Panzer mit Tarnnetz kaufen? Ähm, wir können da hier jetzt auch mal reingucken, ähm, was wir hier an, an Modifikationen, beziehungsweise auch an Munitionen haben. Wir haben eine Top-Munition mit der M833, 392 Millimeter Durchschlag. Wir haben sowohl für den Fahrer als auch für den Kommandanten und für den Richtschützen Thermal, ja. Er kann, äh, spotten, weil die Scout-Drohne hier entsprechend mit dabei ist. Und, ähm, ansonsten ist er, glaube ich, ja, eigentlich zum M1128, der die M900 hat, mit deutlich mehr Durchschlag, ähm, eigentlich nicht anders, ja. Also, ihr habt, wie gesagt, hier, äh, die M900 und, ähm, beim normalen, oder beziehungsweise beim, beim Wolfpack, ähm, habt ihr die nicht. Plus beim Wolfpack habt ihr auch die Zusatzpanzerung nicht, die ihr beim, äh, beim, äh, normalen Striker, nenne ich es jetzt mal, anbringen könnt. Also, ein paar Unterschiede gibt es hier tatsächlich noch. Deswegen erklärt sich auch hier der BR-Unterschied, äh, von 10.0 zu 9.7 beim Wolfpack. So, für all diejenigen von euch, die an den Booten interessiert sind, beziehungsweise den Schiffen, das machen wir auch noch, der Vollständigkeit halber, haben wir hier noch das PT-812. Finde ich, sieht irgendwie spannend aus, aber ich glaube, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob dieses Model schon komplett fertig ist. Es sieht tatsächlich noch sehr nackig aus, ähm, deswegen glaube ich jetzt mal, dass das Modell noch nicht ganz fertig ist, weil dieses Grau ist mir dann zu sauber an der Stelle. Aber, ähm, warten wir einfach mal ab. Nur der Vollständigkeit halber, äh, das hier, äh, für euch gezeigt. So, im Moment ist es tatsächlich so, dass die Deutschen nur einen Jet bekommen, und zwar hier die MiG-21 Lasua M, ähm, ist, äh, eine DDR-MIG. Ähm, ist auch eines der Vorbestellerpakete, das, äh, auch 70 Euro kostet, weil Rang 7 Premium. Ähm, auch hier müsst ihr wieder entscheiden. Ist das, ähm, von der, ja, von der Sekundärbewaffnung her, passt das, passt das nicht, ja. Wenn ich das hier gerade richtig sehe, man kann hier auch, ähm, 6x die R60 dran klatschen. Ähm, müsst ihr, wie gesagt, wieder entscheiden, ob, äh, diese Sekundärbewaffnung gut ist, ob man auf 10-0 mit der Lasua tatsächlich, äh, mithalten kann oder nicht. Täuschkörper hat sie auch. Waren wir gerade gespannt hier, die R60, die Luft-Luft-Raketen, wie viel G können die ziehen? Naja, 30G. Also, ja, ich glaube, die R60 sind sogar gar nicht mal so schlecht. Muss ich jetzt mal ganz kurz gleich mal bei den, bei den Russen gucken. Ähm, ich glaube, die Premium Su 25K hatte die auch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, die R60, also die sind eigentlich, so wie ich es bei der Su 25K erlebt habe, sind die eigentlich ganz gut. Also, ich denke, mit der, mit der MiG-21 Lasua M kann man schon auch was anfangen. Aber, wie gesagt, das müsst bitte ihr nochmal, ähm, dazu schreiben und mal sagen, ähm, ob das hier passt oder nicht. Ansonsten gehen die Deutschen momentan noch leer aus. Es gibt keine neuen Fahrzeuge für die Deutschen, ähm, also noch nicht. Aber das kann sich ja vielleicht noch in einer weiteren, äh, Iteration, äh, vom Dev-Server dann auch nochmal entsprechend ändern. Dann gehen wir gleich weiter. Wir waren ja gerade eben schon mal kurz da. Zu den, äh, Russen fangen hier mit der Strela 10M2 an. Da gab es ja auch einen Dev-Blog dazu, das habe ich ja kurz dazu geschrieben, beziehungsweise in meinem ersten Dev-Blog-Video, als ich, ähm, ich meine, es war ja, als ich die Intruder vorgestellt habe, habe ich die Strela auch nochmal ganz kurz gezeigt. Ähm, ja, ist halt eine neue Raketenflag, ähnlich dem Ocelot, ähm, und auch hier die Bewaffnung, wir schauen sie uns mal ganz kurz an, die 9M37M. Ähm, muss man auch mal abwarten, wie das Ding funktioniert. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass, so wie man es kennt, weil es ist ein russisches Fahrzeug, dass es tatsächlich besser funktioniert, ähm, als der Ocelot Battle Rating, äh, 9.3. Ocelot ja auf 9.7, ich bin gespannt, wie das Ding funktionieren wird, ähm, wenn es dann, äh, auf dem Live-Server drauf ist. Dann haben wir die MiG-23ML, auch, äh, einem Premium, äh, ein Premium-Flieger, äh, ist auch einer der Rang-7-Flieger. Ja, das 11.3, auch hier, wie gesagt, bin ich völlig raus. Müsst ihr euch auch bitte entsprechend mal anschauen, wer Bock hat, kann ja hier dann auf, ähm, auf Pause drücken, ja. Ähm, ähm, die kann auch 6R60 tragen. Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Ähm, ich weiß allerdings nicht, ob das auch so eine Copy-and-Paste-Maschine ist, müsst ihr halt bitte dann mal wieder sagen. Ähm, ansonsten, ich finde die MiG-23 von, von sich aus, von Grund auf her schon eher hässlich. Ähm, aber gut, das ist nur meine persönliche Meinung. So, dann kommen wir jetzt zum Sahnestück, worüber sich auch viele freuen. Battle Rating 11.7, Rang 8 ist die MiG-29-913. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, neben der F-16, ja, ist die MiG-29 auch einfach ein, ähm, ja, muss ich ganz ehrlich und offen zugeben, ein schönes Flugzeug. Das Design, äh, ist tatsächlich, ähm, ja, gegenüber anderen Flugzeugen zu der Zeit, als sie rauskamen, ja, definitiv anders. Aber ich finde es schön, also, an sich ist die MiG-29, denke ich auch an sich, ähm, ein klasse, ein klasse Jet. Ähm, und hier könnt ihr jetzt sehen, hier habe ich es jetzt ehrlich gesagt leider auch nicht gemacht, wie ihr es seht. Also hier die R-73, ähm, die sind ja neu im Spiel. Ähm, schauen wir hier auf die Sekundärbewaffnung. Ähm, ihr habt hier auch die Möglichkeit von den R-73 sechs Stück mitzunehmen. Und das ist natürlich auch mal ein absoluter Knaller, weil die R-73 ziehen aktuell noch 40G. Weiß ich nicht, ob das noch irgendwie genervt wird oder nicht oder wie, weil die Sidewinder, die zum Beispiel die F-16 auch hat, die waren ja auch schon im Spiel, die AIM-9L, äh, die ziehen 30G und die R-73 sind halt nochmal 10G stärker. Also, ich glaube, das wird schon ein ganz schöner Brecher werden, ähm, vor allen Dingen im, im, im Luftkampf. Das wird, glaube ich, ganz schön knackig und ganz schön hart. Aber auch hier, das könnt ihr wieder entsprechend, äh, besser beurteilen, als ich das kann. Nur rein von den Werten gesehen würde ich sagen, pff, ordentlich. Richtig, richtig ordentlich. Dann geht's weiter zu den Briten. Es gibt ein neues Kampf, einen neuen Kampfgruppenjet. Das ist die Sea Harrier FR-S1, die wir hier dabei haben. Auch hier schauen wir schnell auf die Sekundärbewaffnung. Ähm, hier sind auch AIM-9L dabei. Da könnt ihr, ähm, maximal zwei von mitnehmen. Dann haben wir noch ein weiteres Premium-Flugzeug, die F4J Phantom 2. Auch hier schauen wir schnell in die, ähm, Sekundärbewaffnung. Äh, wir haben hier maximal die AIM-9G, keine AIM-9L. So, ähm, das jetzt dann soweit erstmal zur Phantom 2. Und dann haben wir hier an der Stelle noch, äh, einen dritten Flieger, den die Briten kriegen. Nämlich den Tornado. Lange, lange haben viele, viele danach geschrien. Und jetzt ist er dann auch mit diesem Update im Spiel. Der Tornado GR-1. Er ist ein schönes Flugzeug. Und ich bin mal gespannt, ähm, wie er sich dann schlagen wird im Spiel an sich. 11.3 ist er. Also auch auf Rang 8. Ja, zusammen mit der Harrier GR-7. Schauen wir auch hier nochmal auf die Sekundärbewaffnung. Was haben wir hier dabei? Ähm, also wir haben hier auch den, den Targeting T-Alt-Pod. Ähm, das ist, das sind dann halt eben hier diese beiden, ich glaube das sind Laser, das sind die Lasergelenkten Bomben. Plus hier den Pod mit dran, dass man halt die Bomben entsprechend, ähm, ins Ziel lenkt. Beziehungsweise die Bomben ihr Ziel dann auch, ähm, finden. Dann haben wir, was haben wir noch? Wir haben auch hier maximal zweimal Aim 9L. Und, ähm, ich glaube das hier ist die, äh, von Grund auf her schon, ähm, ich würde jetzt mal behaupten, die absolute Knallerbewaffnung, ja. Ja, also für Ground Strike und auch eben für den Luftkampf. Und wir haben hier noch die GBU24 Paveway 3 inklusive des Tierhaltpods. Ja, die Paveway 3 ist halt eine richtig, richtig fette Bombe, wie ihr das hier an der Stelle, ähm, schon sehen könnt. Und wenn wir jetzt hier nochmal in den, ja, ich sag jetzt mal in die, in die Gesamtwaffenauswahl gehen, also, dann ist das Ding schon ordentlich bewaffnet, ja. Dann kann man damit, glaube ich, schon ordentlich Schaden anrichten. Ähm, bin mal gespannt, ähm, wie sich das Ding dann halt tatsächlich schlagen wird, beziehungsweise, was ihr dann auch da drüber erzählt, weil, ihr wisst es, ich bin zum Fliegen einfach zu dumm. So, dann kriegen die Briten noch, äh, auch noch einen neuen Premium-Panzer, und zwar auf 9.0, den Khalid. Wundert euch jetzt bitte nicht, dass der noch so aussieht. Ich würde jetzt mal ganz stark behaupten, dass das einfach nur das nackte 3D-Modell ist. Ähm, Khalid Battle Rating 9.0 ist nichts anderes als ein, ähm, Chieftain. Also, man sieht hier auch schon, der Khalid an sich, es ist nämlich ein jordanisches Fahrzeug und ist aber auch ein bisschen, ähm, angepasst. Wir schauen uns mal noch die Modifikationen hier an der Stelle an. Also, wir haben die Shot L-15A3, Rauchgranate können wir überspringen und, ähm, die Hash mit 152 Millimetern. Außerdem haben wir einen Restlichtverstärker für Richtschütze, Kommandant und Fahrer. So, die Japaner bekommen einen neuen Panzer, die gehen bei den Fliegern, ähm, hier in diesem Update leer aus, zumindest nach Stand jetzt. Aber sie bekommen ein neues Fahrzeug, eine neue Flak, nämlich den SUB 1-2. Ähm, und da habe ich tatsächlich mich komplett verschätzt, was die BR-Anpassung, was die BR-Anteilung angeht. Ich hatte gesagt, aufgrund der Bewaffnung, ähm, weil dieses Ding, die 20 Millimeter RH-202 hat, und das ist die gleiche 20 Millimeter, die, ähm, das Wiesel hat, ähm, hatte ich gesagt, entweder 6-7 oder 7-0. Aber da habe ich mich völlig verschätzt, der, äh, SUB 1-2 kommt tatsächlich nach Stand jetzt, Stand jetzt auf Battle Rating 5.3. Hätte ich jetzt so ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, ähm, vor allen Dingen, weil er halt auch, äh, die DM 63 mit 61 Millimeter Durchschlag hat, ähm, das hat unser Wiesel 1A4, ähm, auch auf 7-0. Aber jetzt müsste ich nochmal schnell nachschauen. Ja, wenn man aber hier zum Beispiel mal sieht, ähm, der SUB 1-2 ist zum Beispiel nicht voll nachtkampffähig. Sprich, ihr habt, ähm, hier beim SUB 1-2 kein Thermal und auch keinen Restlichtverstärker. Insofern, sage ich jetzt mal, ist, ähm, 5-3 schon okay. Ja, also da kann man ihn, glaube ich, erst mal dann so lassen. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt, äh, gedacht, er ist ein bisschen besser ausgestattet, auch was die Nachtkampffähigkeit angeht. Aber gut, sei es jetzt drum, am Ende muss man eh gucken, wie er dann entsprechend performt. Aber da habe ich mich schön verschätzt mit, äh, 6-7 beziehungsweise 7-0. So, wir gehen zu China weiter. Bei China fangen wir an mit dem WZ-1001, ähm, ist eigentlich im Grunde, ich glaube, eine Erweiterung, beziehungsweise eine Weiterentwicklung des ZTZ-99A. Ähm, ich werde mal den ZTZ-99A hier auch mit drauf packen, damit wir hier gleich mal ein bisschen, ähm, auch in den Modifikationen schauen können. Der ZTZ-99A hat, ähm, als Top-APFSDS die DTC-10125 mit 575 mm Durchschlag, ist ebenfalls auf, ähm, 11-0. Und auch der WZ-1001, ebenfalls die DTC-10125 und ansonsten von der Munitionsverteilung, ähm, genauso ausgestattet, wie der ZTZ-99A. Ähm, jetzt müsste man hier mal schauen, sie wiegen beide auch gleich, sie haben beide, ähm, den gleichen Motor drin. Also da ändert sich nicht groß was. Ähm, sie haben allerdings, und das ist ein kleiner Unterschied, die Optik ist hier oben, vielleicht ist euch das schon aufgefallen. Wenn wir hier in die Module mal reingucken, die Visiereinrichtung ist hier entsprechend eine andere. Ähm, und dann schauen wir uns gleich auch nochmal das Richtschützenvisier an. Also, Visiereinrichtung eine andere. Und hier sind die Werte tatsächlich leider noch nicht eingerichtet. Ähm, und hier sieht sie halt eben auch anders aus. Also, es ist auch anders modelliert. Ähm, ja, ich glaube, man kann hier schon sagen, ähm, dass der, der WZ-1001, ja, schon eine 1 zu 1 Kopie, ähm, vom ZTZ-99A ist. Ich wüsste jetzt nicht, wo hier der großartige Unterschied liegt. Die Verbundpanzerung ist genauso von den Werten her, ähm, wie es beim WZ-1001 der Fall ist. Also, falls ihr hier irgendwie noch einen anderen Unterschied seht oder wisst, ähm, dann schreibt es gerne einfach mal unten in die Kommentare. So, dann bekommen die ja, ähm, die, ähm, Chinesen auch noch einen Rang-7-Jet, die J-7D. Auch hier schauen wir mal in die Sekundärbewaffnung. Äh, äh, PL-2, PL-7. Auch hier müsst ihr wieder sagen, was, ähm, ja, die PL-7 ist auf jeden Fall die bessere. Alleine nur schon, weil die 35G zieht. Ähm, aber auch hier auf jeden Fall auch besser als die, als die AIM-9L, die ja nur 30G zieht. Auch da müsst ihr sagen, ob das, ähm, so passt oder nicht. Wir gehen rüber zu den Italienern. Die Italiener bekommen einmal ihn hier, den CM25, einen Flak-LKW. Ähm, wo, also, vom Design, also, ne, Design-mäßig nach vorne raus gar nicht. Ja, also muss man ihn entweder wieder querstellen oder rückwärts fahren. Ähm, wundert euch auch hier nicht. Das Modell ist halt noch nicht fertig, ne, ist ja alles noch Work in Progress. Aber ich glaube, an sich, ähm, ist der, glaube ich, ganz witzig. Und, ähm, mit 4.50er-Kalibern, da kann man, glaube ich, gut was mit machen. Battle-Rating 2.3, ja, ist halt nochmal, kommt halt nochmal. Zwischen den AS-42 und, ähm, den M-42 habt ihr dann den CM2 und 50. So, dann gibt's noch einen Jet, auch einen Rang-7-Jet. Ähm, ebenfalls 70 Euro, eine F-104S TAF. Ich finde ja die F-104er sowas von hässlich, ne. Das ist, also, es ist nicht mein Flugzeug. Äh, aber auch hier müsst ihr wieder sagen, ähm, mit Blick auf die Sekundärbewaffnungen, ob die halbwegs okay sind oder nicht. Wir haben hier noch die AIM-9P. Die sind aber auch nicht besser als die AIM-9L. Ähm, müsst ihr halt eben einfach mal auch hier wieder sagen, ob das so passt oder nicht. Ihr seid da mit den Fliegern auf jeden Fall deutlich besser als ich. So, dann kommen wir schon zu den Franzosen. Bei den Franzosen gibt es einen neuen Panzer, nämlich den AMX-32-105. Ich hatte dazu ja schon ein Dev-Blog-Video auch gemacht. So sieht er dann halt eben jetzt aus, wenn er im Hangar steht. Battle-Rating 9.0. Ähm, damit lag ich mit meiner Battle-Rating-Einschätzung, ähm, auch komplett richtig. Plus auch mit meiner Einschätzung, dass sie ihn vor den AMX-32 packen. Alles andere hätte auch überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Aber damit habt ihr jetzt, wenn ihr den AMX-30 super habt, auf 9.0 noch einen zweiten Panzer, mit dem ihr da sehr, sehr gut kämpfen könnt. Und, ähm, ja, alles andere, äh, müsst ihr dann halt eben mit 8 Dreierpanzern, ähm, auffüllen. Aber das geht ja hier an der Stelle auch ganz gut. Wenn ihr den AMX-30 super noch nicht habt, dann wartet bis zum Weihnachtssale. Wenn er da im Angebot sein sollte, dann, ähm, holt ihn euch zum reduzierten Preis. Das war's auch hier an der Stelle schon, ähm, bei den Franzosen. Wir können hier auch nochmal reinschauen, ähm, in die Modifikationen. Wir haben hier, wie bei allen anderen, die OFL 105 F1 mit 358 mm Durchschlag. Auch das war ja schon meine, meine Einschätzung, ja, dass er die, die, die gleiche Munition bekommt, wie es, wie es zum Beispiel auch der AMX-32 hat. Der hat, äh, nein, der hat die OFL 120. Er kann auch nur die OFL 120 haben, weil der AMX-32 hat nämlich eine 120 mm Kanone und keine 105 mm Kanone, ja. Also wir reden hier dann von der OFL 105, die auch der, äh, AMX-30 super hat. So ist es richtig, ja, deswegen heißt er ja auch AMX-32 105, ja, weil er die 105 mm Kanone drin hat. Da war ich gerade kurzzeitig etwas verwirrt. So, gleich geht's rüber zu den Schweden. Die bekommen auch, äh, einen neuen Panzer, nämlich den T-55M für die, ähm, für die Finnen, ja. Ja, ja, ist halt, also T-55, ja, auch hier können wir mal gerade ganz kurz in die Modifikationen reingucken. Wir bekommen bei dem T-55M eine APFSDS mit 342 mm Durchschlag, nämlich die M1000A1 mit 12 mm mehr Durchschlag, aber, äh, ansonsten der Unterschied, ähm, hier jetzt nicht sonderlich groß. 8.3, ja, und, ähm, die anderen, die anderen T-55er, wenn wir da mal hier entsprechend dann noch reingucken, ja, wir haben ja hier mit dem T-55A 8.0 und, äh, mit dem AMD 1, ähm, 8.7. Hier, denke ich, ist, äh, für den Schweden im Vergleich zu den anderen T-55ern, ähm, das Battle-Rating von 8.3 okay. Und der fügt sich dann auch, ähm, relativ gut in den Rest, äh, von 8.3 bei den, äh, Russen, äh, bei den Schweden ein, weil es sind ja nicht wenige Fahrzeuge, die man da hat. Äh, zum einen den PBV 302 Bill, wer ihn halt eben mag, dann noch den Stritzwagen 103, dann haben wir noch den IKV 91-105 und den Stritzwagen 104. Also, da befindet sich der T-55M dann in bester Gesellschaft. So, dann haben wir jetzt noch die Israelis. Und bei den Israelis, ihr seht es hier, die bekommen auch eine F-16A, aber die F-16A Netz. Und die finde ich, alleine schon vom Tarnanstrich her, schon deutlich schöner als dieses Grau. So, wir gucken auch hier mal in die Sekundärbewaffnung, ähm, wir haben hier auch, äh, die AIM-9L, maximal sechs Stück davon. Ja, ähm, von der Bewaffnung her ist es, äh, identisch, ähm, wie die F-16A bei den Amerikanern. Ähm, ja, müsst ihr hier auch mal wieder sagen, äh, ja oder nein, na. Ja, dann haben wir auch hier einen Rang-7, ähm, Premium-Flieger auf Battle-Rating 11.0, die K4K-Nart. Auch für 70 Euro zu kriegen, ähm, auch da bei der Sekundärbewaffnung, ähm, müsst ihr sagen, ob das passt oder nicht. Wir haben hier maximal die AIM-9G. Und ansonsten, ähm, sehr viel Ground-Striking, ähm, Mehrzweck-Ausrüstungen an der Stelle, äh, ja, müsst ihr halt eben sagen. Aber ich glaube, auch hier für 70 Euro und Battle-Rating 11.0, ähm, ist das, glaube ich, echt einfach, äh, zu viel. Und dann gibt's noch den Magach-7C, der ist ja auch schon angekündigt worden von Gaijin und, äh, der kommt auf Battle-Rating 9.3 hinter den Galbertage. Ich bin mir nicht ganz sicher mehr, was ich in meinem Dev-Blog-Video dazu gesagt hatte. Ich hab irgendwie in Erinnerung gehabt, ähm, dass ich davon ausgehe, dass sie den Magach-C, äh, den Magach-7C vor den Galbertage packen. Ähm, aber jetzt ist er dahinter. Ich denke aber, die Position ist da tatsächlich so ein bisschen egal, ja, ähm, von der Ausrüstung her sehen wir jetzt dann auch hier, haben wir maximal die M426 mit 427 mm Durchschlag. Das, äh, vergleichen wir hier auch nochmal mit dem Galbertage, der ist ebenfalls mit der 427 mm APFSDS, also der M426 ausgestattet. Ähm, also hier eine schöne Ergänzung zum, ähm, neuen Dreier-Deck. Bei den Israelis, was ich tatsächlich sehr gerne fahre. Und, ähm, jetzt dann noch mit einem dritten Panzer, ähm, glaube ich, kann man da wirklich sehr, sehr gut unterwegs sein. Seitdem der Merkava Mark 2D ja auch von 9.0 auf 9.3 angehoben wurde, ähm, mit den drei, ja, MBTs, möchte ich jetzt mal sagen, ähm, kann man da auf 9.3, glaube ich, ganz gut mithalten. Wir schauen uns auch hier nochmal ganz kurz die Module an, ähm, ihr seht, da fehlt noch ein bisschen was, ja, außenrum ist hier noch nichts modelliert, ja, ähm, nur halt eben hier die entsprechende, äh, Schutzanalyse, ja, das, hier sind Seitenschürzen aus Verbundpanzerung. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das hier so bleiben wird. Eigentlich wird Verbundpanzerung ja auch immer als Modul angezeigt. Aber wie gesagt, das ist hier alles noch Work in Progress. So, das war jetzt, ähm, der Schnelldurchlauf. Hat jetzt da auch ein bisschen gedauert. Aber trotzdem, ähm, damit ihr, ähm, schon mal einen kleinen Überblick habt, im Moment, es ist natürlich alles bedingt durch den Rang 8, ähm, und die neuen Flieger, äh, konzentriert sich natürlich alles entsprechend auf die, auf die neuen Flugzeuge, gerade mit 29, F-16 und so. Also, es kommen sehr, sehr viele neue Flugzeuge, ähm, ins Spiel rein. Ähm, Apex Predators, der Name sagt's ja auch schon entsprechend, ähm, also hier ein deutlicher Überhang an Flugzeugen. Ähm, ich denke, da werden sich die Flieger unter euch deutlich mehr freuen. Ich möchte jetzt keine Prognose abgeben, ähm, wie das Ganze, ja, sich dann, sich dann spielt, wenn's auf dem Live-Server ist. Ich könnte nur nach dem, was ich sehe, könnte ich mir allerdings vorstellen, dass das schon, ähm, auf Rang 8 ein bisschen sehr viel Ungleichgewicht ins Spiel reinbringt. Aber auch hier, schreibt's da gerne mal unten in die Kommentare, ähm, wie ihr das da seht. Ich kann dazu ja herzlich wenig sagen, ich bin in diesem Bereich da oben ja nicht unterwegs, ähm, weil ich schlicht und ergreifend einfach zu blöd dafür bin. Aber, ähm, ich würde da mal tatsächlich eure Einschätzung interessieren, was ihr sagt, wie das mit den neuen Rang 8 Fliegern dann wird. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Haut gerne, wie gesagt, alle eure Gedanken dazu, äh, unten in die Kommentare zu den neuen Inhalten. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr den Abo-Button durchdrückt und über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Ich sag, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibu. Wir sehen uns im nächsten Video.